Nein! Was ist denn? Ich brauch unbedingt dein eigenes Zimmer. Na dann bauen wir jetzt endlich das Dach aus. Da steckt doch bestimmt der Fuchs dahinter. Genau, wer schlau ist, nutzt die attraktiven Förderungen für den Anbau oder Ausbau. Denn Vater Staat gibt bis zu 50% dazu. Juhu, dann haben wir Platz für ein Klavier. Also nichts wie hin zu den Füchsen der Volksbanken, Reifeisenbanken oder Schwäbisch Hall.